Hast du drauf? Hast du drauf? Grüß euch ihr Lieben, Weihnachten steht vor der Tür und wenn ihr noch keine Geschenke habt, gibt es jetzt die besten Geschenke Tipps für unter 10 Euro. Ein richtig geiles Geschenk für unter 5 Euro ist ein Kopf Massa. Das Teil sieht ja auch ein bisschen aus wie so ein Schneebesen. Du könntest auch schön die Sahne aufmixen. Erst ab Sahnen, dann aufmixen. Oh Mann. Sexuell schon wieder, oder? Hör auf. Okay. Und noch eine richtig geile Möglichkeit ist natürlich, dass man damit Katzen nerven kann. Und ich liebe es, Katzen zu nerven. Komm mal her, Tobi, du Muschi. Illegal, aber geil. Eins der besten Geschenke, die man einem Autofahrer machen kann, ist eine mitlaufende Parkscheibe. Und das Teil kostet unter 5 Euro. Nee, 10. Unter 10? Unter 10. Unter 10 Euro. Illegal kostet. Illegal kostet halt immer ein bisschen mehr. Und den Ausweis kriegst du beim Bürgeramt für einen 30er. Wenn du auf den Schwarzmarkt gehst, kostet es sich einen 70er. Ich hab da gute Connections. Schreiben wir einfach ein E-Mail. Ist hier eingeblieben. Das geile an dieser Parkscheibe ist, dass du nie wieder ein Problem haben wirst, dass du nur eine Stunde da parken kannst. Weil dieses Teil, wenn du es auf 13 Uhr einstellst, wird immer so weiterlaufen. Und wenn dann so eine Politesse vorbeikommt, die zufälligerweise mal zählen kann, wird sie immer gelinkt von dieser Parkscheibe. Illegal, aber geil. Ja, aber was passiert, wenn die Politesse stehen bleibt und das Ding läuft gerade weiter, als sie guckt? Dann machst du einfach denselben Move, wie wenn du so einen Behindertenparkausweis drin hast und wenn dann die Politesse so fragst, was ist denn hier Behinderung? Dann sagst du, Torentu-Folze. Für 9,95 Euro bekommst du den Schlüsselfinder-Whistle. Wenn du deinen Schlüssel mal verloren haben solltest und ihn nicht mehr findest, musst du einfach pfeifen, pfeifen und dann macht das Teil so ein Piepsgeräusch und dann kannst du deinen Schlüssel dann auch so. Total klug. Blöd ist natürlich, wenn man nicht pfeifen kann, ne? Was außerdem scheiße ist, wenn du deinen Schlüssel irgendwo im öffentlichen Bereich verlierst und dann überall pfeifend rumläufst. Das könnte natürlich auch falsch ankommen. Für 5,95 Euro bekommst du eine Hantel extra angepasst für Männer. Ja, das Teil legst du dir auf den Pimmel drauf. Aber anscheinend wächst er auch dadurch, ist ja auch ein Muskel und wenn du also einen kleinen Tänis hast, dann kauf dir diese Hantel. Oh, es brennt, es brennt. Ja, es brennt Feuerlöscher, aber wir haben eine Notfallschokolade. Äh, mir fällt kein Witz dazu ein. Ist aber trotzdem ein geiles Teil. Besser als ein Feuerlöscher. Schokolade mag jeder. Auch Frauen. Auch Liefer unter 10 Euro. Oh, es brennt! Immer noch. Dafür ist lecker. Das war's für heute, das war's für dieses Jahr, Freunde der Sonne. Checkt nochmal das Best of Music News ab. Einfach mal da draufklicken oder das letzte Freitagsvideo, da ging's um. WhatsApp-Nachrichten, glaub ich. Ja, die peinlich waren. Keiiiine Ahnung, warum ich hier hinten und unten halte, aber abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nie wieder was. Und checkt Social Media. Bis bald. Frohes neues Jahr und Weihnachten. Wir sind raus, Tobi. Danke für eure Geduld. Da auch mal mitbekommen, wie... Professionell. Kurz durchgehen, was. Danke, das ist sehr nett. Zack, alle Lampen mitgenommen. Hier kommt alles aufwand, ne? Hast du drauf? Hast du drauf? Ich bin ein bisschenhör! Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschenhör. Ich bin ein bisschen.